Es ist total surreal, muss ich ehrlich sagen. Hi, ich bin Kathi, ich studiere Medizintechnik an der OVG in Magdeburg. Und heute mit mir hier ist Peter hinter der Kamera. Hallo! Wir sind heute hier, um uns das neue Medizintechnik-Gebäude vom Campus Stimulate anzugucken. Und wir wollen heute mal sehen, welche so alles drin sitzt, was für coole Geräte wir hier haben und wo könnte man da besser anfangen als beim MRT. Ich habe keine Ahnung, wo sie rumhockt. Wen suchen wir eigentlich nochmal? Cindy Lübeck. Frau Lübeck, also. Genau. Wo sind wir hier? Ah! Gefunden! Hallo! Wir haben gerade schon wiederum geirrt. Ich kenne mich hier immer noch nicht aus. Noch nicht? Nee. Warst du schon ein zweites Mal hier? Ja, das stimmt. Das war irgendwie gerade nicht das Intro, das wir haben wollten. Ich kann nicht so gut reden, aber ich hoffe, das übernehmen Sie heute für mich. Aber wir können gerne bei Du bleiben, weil wir versuchen, dass du das erstes hast. Wollen wir mal zum MRT? Ja, das hört sich sehr gut an. Wie auch im Krankenhaus haben wir hier immer markieren, dass wir praktisch einen Raum haben, der vom Zutritt her beschränkt ist. Das heißt, Patienten mit Herzschritt machen oder allen implantierten Sachen, die ferromagnetisch sind oder die beeinflussbar sind bei einem Magnetfeld, dass die halt vorher Bescheid sagen oder den Raum nicht praktisch verlassen haben. Ich habe jetzt eigentlich so alle meine Ohrringe abgenommen. Handy, Schlüssel, so ein Knopf von der Jeans. Passt das? Das passt, dass es sozusagen dann Hose verbaut. Du würdest damit auch, da passiert nichts, aber du möchtest jetzt bestimmt wissen, warum du das alles abbauen musstest, oder? Äh, ich hoffe, ich fliege damit nicht durch die Gegend. Das probieren wir jetzt und das will ich dir genau das zeigen, was passieren würde, wenn man noch Metall am Körper hätte. Okay, und äh, was würde jetzt passieren, wenn ich den loslassen würde? Also, möchtest du wirklich sehen? Äh, darf ich? Ja, ich habe hier noch was vorbereitet und zwar haben wir hier eine Aluminiumscheibe. Aluminium ist ja eigentlich nicht ferromagnetisch, wird also nicht vom Magnetfeld angezogen. Können wir auch einmal zeigen. Ich laufe mal ganz schnell komplett hier. Äh, das sieht nix. Okay, ja, das sah relativ einfach aus. Also, was ich aber damit zeigen möchte, sonst wäre es jetzt langweilig, ist, was das Magnetfeld trotzdem für Auswirkungen auch auf nicht ferromagnetisches Metall hat. Es war wie in so einem super dickflüssigen Gelee, aber aus irgendeinem Grund nur sowas stärker, als wenn ich es so rum bewegt habe. Hatte ich das Gefühl. Aber es ist total surreal, muss ich ehrlich sagen. Ich habe so ein bisschen das Bedürfnis, diesen Knopf da zu drücken. Ähm. Das wäre jetzt für unsere, wenn wir weiter untersuchen wollen, nicht so gut. Das ist sozusagen die Elektronote aus, damit wäre das gesamte Gerät stromlos geschaltet. Also, besser nicht. Also, schade. Nur im Notfall. Aber viel, viel, viel schlimmer ist der da unten. Abdeckung. Und das ist welcher? Das ist ein Quenchknopf. Das heißt, wir haben ja unser System ist mit Helium gekühlt. Das ist im Moment in einem Kessel, um praktisch das Loch ringsherum, flüssig Helium. Und wenn ich da drauf drücke, würde das sozusagen innerhalb von ungefähr 30 Sekunden in gasförmiges Helium übergehen. Das heißt, das würde auf dem Dach im weißen Rauch aufgehen. Okay, muss ich mal ganz kurz fragen, wir haben jetzt da Helium, äh, wie genau funktioniert das Ding eigentlich und was macht das Helium da überhaupt? Ich brauche das Helium, um mein Magnetfeld zu kühlen, um die Spulen, also Magnetfeld kennt man ja, gewickelte Spule, da haben wir viele Kilometer verwickelt im Draht. Und wenn mir da einen Strom drauf geben würde, dann wird der ganz heiß und damit es ausreichende Kühlung hat, dann brauche ich das Helium. Das Wirkprinzip ist ja, der menschliche Körper besteht ungefähr 70 Prozent aus Wasser und wir regnen die Wasserstoffatome an, um praktisch eine Reaktion zu bekommen. Wir haben Spulen, wollen mir ein Signal in das Feld geben und bekommen aus den Spulen eine Information zurück. Die messen wir und setzen die um in Rauchstufen und je nachdem, was für ein Gewebe vorhanden ist und wie die Reaktion auf meinen Pulse ist, bekomme ich verschiedene Helligkeiten in dem Bild. Das ist das, was ein Arzt anschaut, wenn er ein Kopf untersucht. Okay, und was ist jetzt dunkler und was ist jetzt heller? Das hängt ein bisschen davon ab, was ich für Sequenzen benutze. Sequenzen heißen im MR sind die Messungen, die wir machen. Im CT ist es so, dass ich eine Messung mache und daraus Bilder rekonstruiere, Kontrastmittel eventuell in der Spritze. Im MR ist das ein bisschen anders, da fährt man gewichtete Sequenzen. Das heißt, ich habe T2-Wichtung, T1-Wichtung oder Protonen zum Beispiel. In dem Fall hier ist es eine T1-Wichtung, weil man sieht, in einer T1-Wichtung sollte die Flüssigkeit, und das wäre jetzt hier der Liquid, die Hirnflüssigkeit, der ist dunkel. Das hängt immer von den Einstellungsparametern ab, die man da wählt, je nachdem, was man sehen möchte im Bild. Könnte ich jetzt einfach so als normaler Student jetzt außerhalb von dieser Aktion hier einfach mal hier reinkommen und mir das mal angucken? Na klar, gerne. Also wir sind immer offen für Projekte und auch für Anfragen, sprich Projektpraktikum, Projektarbeiten, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten. Also was genau tust du hier jetzt eigentlich an genau diesem MRT? Ja, an genau diesem MRT, wir haben Forschungsprojekte in verschiedener Weise auch verschiedene Ausdehnungen. Unter anderem haben wir ein Projekt, das nennt sich interventionelles MRT. Die Frage war halt, ob man Patienten, Intervention steht ja immer für sowas, ich nenne es jetzt mal kurz, eine OP im MRT. Und wie wir mit Metall gesehen haben vorhin, ist das natürlich nicht so einfach, weil die OP-Geräte sind meistens aus Metall, dass man die sozusagen, wir nennen es MR-tauglich bekommt. Das heißt, dass ich die mit im MRT verwenden kann. Und da sind aus diesem Megaprojekt, sind ganz viele Einzelprojekte entstanden. Und da gibt es halt immer die Möglichkeit, auch für die Studenten mitzuwirken in den Praktika oder in den Projekten. Ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich. Das war sehr, sehr cool. Halt, wärst du nochmal so lieb, Musik und so? Musik, ja. Meinst du, man kann auch mit dem MR-Musik? Soll man da drauf trommeln oder was? Ja. Hochprofessionelle Aufnahmen hier. Aber normalerweise sind es. Okay. Okay, das ist jetzt der Original-Faut. Das war der Original-Faut, ja. Hm, schön. Aber sowas bekommt man so, wenn man ja Physiker ist und am Gerät so Sequenzen beeinflussen kann, dass man die richtigen Töne trifft. Deshalb sollte man Medizintechnik studieren? Ja, auch. Sehr gut. Das war der Original-Faut.